Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video von uns. Man ist das kalt draußen. Es ist bald der vierte Advent und wenn man so draußen spazieren war, dann möchte man am liebsten ein schönes warmes Getränk hinterher haben. Im Sommer haben wir ja ziemlich viel mit unserem Lilith gemacht und haben ganz viele von euch ja mit Sicherheit auch und haben es lieben gelernt und als ich neulich mit meiner Frau auf dem Weihnachtsmarkt war in Hamburg auf dem Rathausmarkt, stand ich da so mit meiner Feuerzangenbowle in der Hand und habe so auf den Stand gegenüber geguckt und da war ein großes Schild zu sehen, Lilith Heiß. Und da habe ich gedacht, das kannst du zu Hause auch. Wenn du zum Weihnachtsmarkt gehst, willst du Feuerzangenbowle, aber nicht Lilith Heiß. Lilith Heiß meint zu Hause. Das Rezept dafür, das gibt es jetzt gleich. Jetzt kommt einmal unser Intro und dann geht es los. Wir brauchen natürlich ein bisschen Lilith, zwei Gläser. Ich habe hier so Gläser, die sind so zweigeteilt. Da kriegt man keine heißen Finger dran. Dann brauchen wir ein Apfel, Naturtrüben, Apfelsaft, Zitrone, Birne. Ne, Birne brauchen wir beim nächsten, weil ich habe noch einen anderen auf im Petto. Da benutzen wir Birne, die tun wir mal weg. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Zimtstange, mein CL-Maß und einen Topf brauchen wir zum heiß machen. Und dann wollen wir mal starten. Als erstes mache ich mir jetzt hier so ein bisschen frischen Zitronensaft, den wir brauchen. Während ich das hier mache, könnt ihr ja schon mal uns einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr unseren Channel mögt, dann dürft ihr uns natürlich auch immer gerne abonnieren. Wir freuen uns maximal darüber. Habt ihr irgendwelche Anregungen, irgendwelche Fragen, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich und gebe euch sofort auch Antwort. Ich tue jetzt hier ein bisschen was von meinem frisch gepressten Zitronensaft hinein. Ich sage euch jetzt nicht die Mengen, die ich da rein tue, weil ich mache jetzt für zwei. Es gibt natürlich unten wieder einen Link auf meiner Einkaufsliste. Da steht auch genauestens drin geschrieben, wie es geht. So, dann kommt jetzt noch da mal Lille zu in unseren Topf. Und naturtrüber Apfelsaft. Man muss das natürlich jetzt nicht mit so einem kleinen CL Maß machen, wie ich das hier mache. Man kann das natürlich auch ein bisschen größer abmessen, mit größeren Gefäßen. Aber ich finde das gerade recht guldig. So, einen aus dem Handgelenk. Und dann kommt da noch eine Zimtstange hinein. Ich habe den jetzt hier auf den Herd gestellt, um ihn zu erwärmen. Das heißt erwärmen, nicht kochen. Ich habe den auf vier von neun Stufen gestellt. Ich habe mir jetzt hier einen schönen roten Apfel organisiert. Den habe ich gewaschen und schneide den jetzt einfach so auf. Ich möchte da gerne zwei schöne Scheiben raus haben. Die kommen da nämlich gleich rein. Ja, genau. Rosmarin habe ich hier auch schon liegen. Apfel haben wir jetzt auch hier liegen. Und mein Lillet wird hier auch schon richtig heiß. Das sieht schon richtig gut aus. Ich habe hier schon mal meine beiden Gläser stehen. Mein Lillet wird hier schon richtig heiß. Das ist schon am dampfen. Das reicht mir völlig aus. Viel heißer will ich das gar nicht haben. Ich fische mir jetzt einmal kurz meine Zimtstange da raus. Mein Lillet, was natürlich richtig heiß ist. Ich weiß nicht, kann man das sehen auf der Kamera, Schatz? Ja. Tue ich hier schon mal in mein Glas. So, dann tun wir da jetzt unseren Apfel hinein. So, jetzt haben wir das da schön reingefüllt. Wir haben schön unsere Zimtstange da drin. Wir haben unseren Rosmarin da drin. Die Apfelscheibe sieht doch richtig dekorativ aus. Es ist schön warm. Man kommt von draußen rein, macht sich dieses Getränk. Super angenehm. Super schön. Echt geniales Getränk. Ein bisschen säuerlich, aber nicht sauer. Nee. Richtig lecker. Frisch. Frisch, genau. Ich finde es absolut genial. Völlig easy und einfach zu machen, dieses Rezept. Und super schnell. Also, wenn ihr Sonntag, vierter Advent, nach dem kalten Spaziergang wieder reinkommt, ist das der Tipp. Und könnt ihr morgen alles noch schnell besorgen. Morgen ist Samstag. Ich veröffentliche das jetzt sofort und dann kann das losgehen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt mir einen Daumen. Solltest du irgendwelche Fragen dazu haben, schreibt es hier unten gerne rein. Abonniert habt ihr uns ja sowieso alle schon, hoffe ich. Wenn nicht, dann wäre das ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns. Und dann wünsche ich euch schöne Weihnachten oder einen schönen vierten Advent. Es kommt demnächst noch so ein Getränk. Machen wir auch dieses Video in Kürze. Die Sachen haben wir hier schon stehen. Und jetzt sagen Tschüss und der Frank von foodblockhamburg.de. Prost, schöne Weihnachten, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.